Musik Vom 4. bis 8. April 2011 geht die Hannover Messe in eine neue Runde. Das Schwerpunktthema Smart Efficiency wird auf 13 Leitmessen in Form von Sonderveranstaltungen, Podiumsdiskussionen und Workshops aufgegriffen. Die internationale Leitmesse für Forschung, Entwicklung und Technologietransfer, kurz Research and Technology, bietet einen Marktplatz für Forschungsergebnisse und zukunftsweisende industrielle Entwicklungen. Sie ermöglicht den direkten Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Und natürlich ist auch die Universität Magdeburg dabei. Sie präsentiert sich im Rahmen des Forums Forschung und Technologie beim Aussteller Forschung für die Zukunft und stellt neueste Ergebnisse, Produkte und Dienstleistungen vor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017